Willkommen zurück liebe leute zu wir schauen uns jetzt mal hier oben Wie komme ich denn da oben hin? Ich habe das noch nicht so ganz geblickt, wie man das machen soll. Wir haben ihn jetzt. Nice! Nice! So! Ah, I see! Oh Gott, hier! Wow! Sieht das denn so aus, oder hast du gerade geruckelt einfach im Spiel? Nein! Okay! Okay! Ich habe es ja verstanden. Ich soll erst mal die Polka einsetzen. Oder auch nicht. Oh Gott! Keine 50! Hat sie gerade gesagt, sie hat mich gedisst? Hat sie mich gerade gedisst? Cool! Sofortschrittblick hätte ich sie nie eingestuft. Sind wir froh, dass ich das aufgemacht habe damals. Was? Oh nein, es ist wieder eine Rutschpartie. Oh! 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 wow ich bin nur wieder dem eka pokern hier hoch ok da gehen wir mal rein da na gut das hat einen neuen move für euch bereit mal sehen ob ihr ihn findet hallo 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 ich kann pokern Schade, dass ich sie bisher nur einmal gebraucht habe. Oh, das ist ein stabiles Eis. Eisglas. Meine Bitte. Singt im ersten Moment wie Final Fantasy. Oh, kippt. Oh Mann, ich habe solch Bauchschmerzen. Ich hätte dieses Fugleding nicht futtern sollen. Bitte helft dem Arm, Borge Auer. Ähm. Okay, ich dachte es funktioniert oder würde funktionieren. Die neuen haben wir schon neu. Ey, yo. Du verleiderte Typ, lass mich in Ruhe. Oh, EKB. Okay. So viele EKB. Oh Gott, das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht zu verantworten. Das ist doch nicht zu verantworten. Oh ja. Duh, du töddel, du töddel, du töddel, du töddel, du töddel. Hallo? Tues mir weh! Schnauze halten und drauf gehen, danke. hallo lichterfressern dann kann wir den baum beleuchten machbar ist es ist dumm warum essen sie eigentlich lieb okay ziemlich schnapp, aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. naja ich weiß schon, oder? äh, mann? Hurra für den Stern und ihr werdet belohnt. Heilung ist angesagt. äh, der Stern? was sagst du? was weißt du von mir? ich muss jetzt hochfliegen, du hast dein Beruf für Bottus. Hilfe! na 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 natürlich, das Spiel hat natürlich die Balance natürlich Alter, ich komm nicht mehr weg ich häng da fest nice super oh, das wollte ich nicht drücken das tat bestimmt weh ja, 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 wie dumm ist das eigentlich? du, du kommst da nicht, du musst ja durchdruck, oder? also gefunden habe ich, du musst ja durchballern muss ich dann abschießen? kann ich das überhaupt schon? ja, ich vermute immer kurz davor, weißt du, das ist irgendwie Ich muss ja mehrmals durch. Das war nicht gewollt. Lol. Hä, finde den Stern. Ich habe ihn doch gefunden, du Vogel. Jelbein, what the fuck, Kroffel. I don't care. Au. Er will dann holen wir uns noch in den Move. Oder ne, holen wir uns in den Xen-Frage. Lange schaffst du schon, liebe Leute. Und holy shit, ist das Level komisch. Er hat eine coole Musik, aber... Oh je. Bis dahin, tschüss.